Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der wird es dann auch mit mir zu tun bekommen Aha, dann kriege ich sie also auch nicht Bei dir würde ich eine Ausnahme machen Ich heirate Markus Heiraten, ihr beide Gute Gag, wirklich Was Sie aber auch immer für Ideen haben Also ich finde das richtig klasse Und wir sollten das ganz groß feiern Klar Lass jetzt den Quatsch Das ist doch nicht euer Ernst Ja, und ob Sowas scherzt sich nicht Das ist doch verrückt Zwei Männer können nicht heiraten Und warum nicht? Weil, weil Weil es einfach nicht geht Natürlich geht das Es gibt da sogar einen Pastor Einen Pastor? Die Kirche erlaubt das? Naja, nicht offiziell Aber er macht es trotzdem Aber das kann er nicht machen Ich meine In der Bibel steht nichts davon Dass zwei Männer heiraten Jetzt komm du mir nicht mit der Bibel, Roberto Also bevor das jetzt In einen theologischen Diskurs ausartet Sagen Sie uns doch Was Sie von einer Doppelhochzeit halten Frau Schneider Ja, ich Habe grundsätzlich Natürlich gar nichts dagegen Ich denke nur so Eine Doppelhochzeit ist doch Unglaublich Kompliziert Ich meine rein Organisatorisch Und im Übrigen Möchten Sie doch bestimmt Viel lieber mit Ihren jungen Leuten feiern Und nicht mit unserer Pieckverein-Gesellschaft Unsinn Das wird eine interessante Mischung Ja Ich weiß nicht Was sagst du denn dazu? Lieber nichts Ja Und das ist auch eine Reaktion Komm, wir gehen Gero, bitte Roberto Ich wusste zwar, dass deine Ansichten etwas merkwürdig sind Aber dass du so borniert bist Das hätte ich nie gedacht Oh, ich glaube, Gero Sie haben uns völlig falsch verstanden Nein Ich habe sie völlig richtig verstanden Sie wollen mit einer Schwulenhochzeit nichts zu tun haben Komm Bin ich verrückt Oder sind die beiden verrückt? Tja Darüber solltet ihr mal Ganz scharf nachdenken So Ich hoffe, ich habe alles Na und wenn nicht Es kommt ja hier nichts weg Ich möchte mich erst mal dafür bedanken Dass ich so lange hierbleiben durfte Ich bitte Sie Wir freuen uns, dass Sie es mit uns ausgehalten haben Dann sage ich schon mal Tschüss Ach, komm her Wenn Sie uns besuchen wollen, sind Sie herzlich eingeladen Danke Wir bleiben in Kontakt Ja, klar Und ich möchte mich bei Auras Worten anschließen Unsere Tür steht ja jederzeit offen Danke Ja, dann werde ich mal Das Taxi müsste schon längst da sein Bestimmt Wir bringen Sie raus Nein, danke, nicht nötig Wir müssen ja keinen großen Bahnhof machen Ich bin ja nicht aus der Welt Tschüss, Herr Bahn Bis dann Die Abreise kam aber sehr plötzlich Ach, was soll's Wir werden uns schon nicht langweilen Habe ich dir schon gesagt, dass ich heute auch noch weg muss Heute noch? Ja, ein wichtiges Geschäftsessen Ja, und wann, wann musst du denn los? Jetzt gleich Hättest du Susanne doch gleich mitnehmen können? Nein, sie muss nach Köln Ich muss nach Düsseldorf Ah, ja, klar Ja, dann werde ich mal meine Sachen packen Und dann auch los Tschüss Tschüss So weit läuft's ganz gut mit Kerstin und mir Ja Machst du Fortschritte bei ihr? Mhm Das könnte wirklich was werden mit uns Gut Schön Ich meine, in letzter Zeit warst du ja auch nicht gerade gesegnet mit Liebesglück Ja Ja, stimmt Vielleicht kommst du dann ja auch besser mit Julias Verschwinden zurecht Ach, ich weiß nicht Ich denke, hier ist noch viel häufiger an Julia als vorher Zumindest halt, als ich weiß, dass Karstin in Julias Wohnung wohnt Ich kann da einfach nicht hinlassen Das ist wie eine Sperre, verstehst du? Ja Klar Du willst nicht bei jedem Treffen an Julia erinnert werden Aber wenn du das Kerstin erklärst, versteht sie das doch bestimmt Eigentlich müsste sie sich das doch denken können Sie weiß, dass Julia meine Schwester ist Oder meinst du, ich soll ihr auch erzählen, dass Julia und ich Ich finde schon, dass sie das wissen sollte, ja Guck mal Früher oder später würde sie es sowieso auch fahren Und dann ist es schon besser von dir Hm? Beim nächsten Treffen erzählst du ihr davon Aber dann müsste ich ja vielleicht auch zwangsläufig in die Wohnung Nicht unbedingt, du kannst doch Guck mal, du holst sie von zu Hause ab Und dann geht ihr irgendwo hin, wo ihr in Ruhe quatschen könnt Na komm, Augen zu und durch Hm? Und, wie läuft es so mit dir und Jan? Hm, ich weiß nicht Wieso, hat er dir Krach? Nein, nein Er ist nur so So Wieso? Er ist merkwürdig Er ist nie richtig offen zu mir Naja, noch seid ihr ja auch nicht zusammen Ja, aber ich möchte ihn einfach besser kennenlernen Er hat doch noch so viel Zeit War doch mal nicht so ungeduldig Ich werde mich bemühen Auch wenn es echt schwer fällt No Limits Richter? Hey, schön, dass du anrufst Jan? Ja, ich habe gleich Feierabend und dann bin ich zu Hause Ja, ich freue mich Okay, bis dann Jan will gleich bei mir vorbeikommen Na dann mal los Ich bin dein Ben Was ist mit dir los? Jan hat angerufen Er will bei ihr vorbeikommen So, da bin ich Was hast du Barbara gesagt? Geschäftsessen Guten Abend Wir hatten ein Zimmer reserviert auf den Namen Hartwig Einen Moment bitte Ja, ein Doppelzimmer Wenn Sie das bitte hier ausfüllen würden Nur den Namen Ja Bitte schön Dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt, Herr Hartwig Dankeschön Das gibt es ja gar nicht Dass Roberto so reagiert ist, hätte ich nie gedacht Ach, jetzt lass dir doch davon die Laune nicht verderben Lass uns lieber ein bisschen feiern Aber gerade Roberto Wenn es um seinen Vorteil geht, dann pfeift er doch auch auf alle Konventionen Das ist ja dann an diesem Punkt so spießig Weil es vielleicht nicht um seinen Vorteil geht Na, er war halt überrascht Ich meine, so selbstverständlich ist das nicht, dass zwei Männer heiraten Ja, aber dann muss sich das ändern Genau Und deswegen gehen wir mit gutem Beispiel voran Sag mir Warum du mich plötzlich doch heiraten möchtest Gestern warst du überhaupt nicht begeistert Das kam ganz spontan In dem Moment, als Roberto uns von seiner Hochzeit erzählt hat Aha Ich dachte, du brauchst keinen Segen Nein Das ändert auch nichts an unserer Beziehung Ich hab mich nur gefragt Ob ich dich vielleicht nur deshalb nicht heiraten wollte Weil mein Mann es halt nicht tut Und wenn ich Frau wäre, würdest du mich heiraten? Ja, so in etwa Ich sehe einfach nicht ein, dass andere Leute entscheiden, in welcher Form wir zusammenleben Doch schade, dass dann unsere Hochzeit nur Symbolwert hat, oder? Für mich nicht Für mich sind wir dann verheiratet Egal, ob wir einen Trauerschein haben oder nicht Ja, dann Auf uns So, da wir öffnen Christoph, ich möchte das nicht Wie bitte? Wenn wir da jetzt hineingehen, dann schlafen wir bestimmt miteinander Wer sagt denn sowas? Ich weiß es Ich will es doch auch Ich möchte nicht, dass es hier Quält dir das Hotel nicht? Doch, das Hotel ist ja schön Ich möchte nicht, dass unser erstes Mal Nicht so lange Barbara da ist Aber wir wollten doch endlich mal miteinander reden Allein sein Ich bin mir sicher, dass es nicht beim Reden bleibt Wie du willst Bitte sei mir nicht böse Nein, nein Ich wollte jetzt nach Hause, wie? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man uns zusammensieht Ich halte in der Nebenstraße Okay? Okay Komm Bei Sander Richter? Jan! Du kannst nicht? Der Trainer ist krank geworden Ja Ja, verstehe Okay, wir telefonieren Ja Ciao Ich konnte es einfach nicht Als ich vor der Tür stand, dann musste ich an unseren Geburtstag denken Julia stand praktisch vor mir Du bist also wieder gegangen? Ja Ich habe den Kerstin angerufen und ihr gesagt, dass ich was Dringendes im Studio zu erledigen habe Und das hat sie geschluckt? Ja Sieht fast so aus Hm Ich finde es ja auch scheiße, sie anzulegen, aber was soll ich tun? Soll ich ihr sagen, ich habe wahrhaftig Julia vor Augen gehabt? Wieso nicht? Ich meine, Kerstin weiß, dass Julia deine Schwester war Und sie weiß, dass sie da gewohnt hat Dann kannst du ihr doch auch sagen, dass du Probleme damit hast, diese Wohnung zu betreten Wenn du sie ihr nicht erzählst, dann muss sie irgendwann denken, dass dir nicht so viel an mir liegt Das weiß ich doch auch, aber ich weiß einfach nicht, wie ich dieses Thema bei ihr anschneiden soll Ganz einfach Kerstin, du weißt, dass meine Schwester Julia... Okay, komm, ich kann selbst sprechen, okay? Dann red mit ihr, bevor es zu spät ist Ich meine, normal ist das ja nicht, dass Männer heiraten Wieso? Aber er kennt doch wohl so einen Pastor, der das macht Wow, echt cool Wahrscheinlich ist der Pastor auch schwul Hier wird erklärisch, Arsch, Mann und Mann Ich dachte, sowas gibt es nur in Dänemark Vielleicht ist der Pastor ein schwuler Däne Nein Ja, ich habe nur einen Witz gemacht Hi Hey, Sophie, weißt du schon was Neues, denn? Markus und Gero heiraten Wie bitte? Ja, er hat es uns gestern gesagt Was ist denn ein Ding? Äh, geht das überhaupt? Keine Sorge, die kennen da so einen schwulen Dänen und den Von dem Witz, okay, ich halte den Mund Wann soll das denn stattfinden? Keine Ahnung Eigentlich wollte Gero zusammen mit meinem Vater heiraten Dein Vater heiratet auch? Wer ist denn die Glückliche? Charlie Schneider Nein Doch, ich weiß auch nicht, was das soll Alle wird Haare Ist das so eine Art Epidemie? Naja, auf jeden Fall müssen wir das feiern Also ich würde ja vorschlagen, wir machen so eine Art Spontanfete Das ist eine gute Idee Damit können wir den beiden auch zeigen, dass wir das okay finden Roberto und Charlie haben nämlich ziemlich bescheuert reagiert Deshalb wird es wohl auch nichts mit der Doppelhochzeit Na, macht nichts Ich hätte sowieso keinen Bock auf Charlie Schneider gehabt Ja, ich muss die auch nicht haben Hey, hey, hey Wie redest du denn von deiner zukünftigen Stiefnung? So, wir vergessen mal Charlie Schneider Ich finde, es gibt Wichtigeres zu tun Genau, die Part Genau Wir bilden jetzt einfach einmal ein Festkomitee Okay, ich mach die Musik Ich mach das Buffet Ja, und ich mache die Getränke Kerstin, du studierst Germanistik Du machst das Plakat Ich werde mir alle Mühe geben Gut Und vor allem, ähm, pssst Weil sonst ist es nämlich Essig mit der Überraschung, ne? Also, pssst Ja, Susanne, natürlich sehne ich mich nach dir furchtbar, aber Aha Und wo? Bei dir? Na ja, wenn keiner da ist Gut Bis nachher, 5 Uhr Gut, ich bin da Tschüss Christoph Ich fahre ins Atelier, holst du mich dann ab? Wieso? Wir wollten heute Nachmittag ins Konzert, hast du das vergessen? Ja Na ja, macht nichts Ich habe für danach einen Tisch bestellt Barbara, ich muss heute noch nach Hamburg Ich glaube nicht, dass ich bis dahin wieder zurück sein werde Nach Hamburg? Ja, ich treffe mich mit Peterson Es gibt Schwierigkeiten auf der Warft Das hast du erst jetzt erfahren? Ja, Peterson ist vorzeitig aus Rotterdam zurückgekommen Die Besprechung ist vorverlegt worden Na gut, dann muss ich mir jemanden anders suchen, damit mir ins Konzert geht Na klar Warum solltest du darauf verzichten, nur weil ich es zu tun habe? Ich fahre jetzt Sehen wir uns noch? Nein, ich muss jetzt gleich zum Flughafen Okay Dann wünsche ich dir viel Erfolg in Hamburg und grüß mir, Peterson Mache ich, danke Tschüss, Gustav Könntest du mir einen Gefeind tun? Lass mich raten Ich soll dir eine Kiste Wasser hoch holen Nein Cola Na stimmt, wo du es wirst Sag mal, warst du, ob Jan schon im Studio ist? Keine Ahnung, warum brauchst du? Na so Halt nicht Stress Nein, dazu kommen wir erst gar nicht Wir haben gestern verabredet, aber er hat kurz vorher abgesagt Hat er denn gesagt, warum? Weil der Trainer ist wohl krank geworden Tja, sowas kommt vor Ja, sicher Aber später habe ich mich dann doch gefragt, ob es nicht nur eine Ausrede war Quatsch, also Jan ist nicht der Typ, der so blöde Ausreden nach Ende Na, woher soll ich das wissen? Ich komme ja nicht dazu, ihn besser kennenzulernen Hi, Kersti Hallo Es tut mir leid wegen gestern, aber was soll ich machen? Naja, wenn es nicht zur Regel wird? Nein, nein, ganz bestimmt nicht Ähm, hast du heute Nachmittag schon was vor? Kommt ganz drauf an Lass dich lieber rischen Ich wünsche euch alles Gute Danke Du glaubst gar nicht, wie gut das tut Robertos Reaktion hat mich schon sehr enttäuscht Komm, er meint es doch nicht so Es ist für ihn wahrscheinlich ungewöhnlich, dass ihr heiraten wollt Also selbstverständlich ist das heute wirklich noch nicht Ja und? Wir sagen ja auch nichts dagegen, dass er Charlie Schneider heiratet Obwohl einem dazu ein paar Takte einfallen könnten Ja, und ab Aber das ist seine Sache Warum kann er denn unsere Beziehung nicht genauso akzeptieren? Wart's ab Er wird am Ende ganz stolz sein, wenn er dich zum Altar führen darf Vorsicht, es handelt sich um einen evangelischen Geistlichen Ich glaube nicht, dass Geros Vater so viel von der Ökumene hält Das ist doch ganz egal, der war noch nie religiös Ja, und trotzdem ist er uns mit der Bibel gekommen Nimm ihn nicht so ernst Genau wie seine Heiratspläne Er lässt Charlie Schneider bestimmt noch sitzen Glaubst du? Hm, stell dir vor, Robertos treuer Ehemann Das geht doch gar nicht Ich spreche aus Erfahrung Ja, vielleicht hat er sich geändert Oder er ist alt geworden Das wollen wir ihr wünschen Aber es ist nicht unser Problem Sagt mal, wisst ihr schon, wann ihr heiraten wollt? Nein Wir wissen auch noch nicht, wo wir feiern Wie wär's mit Friedenau? Oh, das wär doch herrlich Ich muss noch mit Christoph sprechen Aber er hat bestimmt nichts dagegen Schade, dass er noch nicht geschieden ist Wir könnten so schön ne Doppelhochzeit feiern Oh nee, lass mal Von Doppelhochzeiten hab ich erstmal genug Ach ja, übrigens Hat einer von euch beiden heute Nachmittag Zeit Ich wollte ins Konzert gehen Es werden die Partiten von Bach gespielt Ähm Wir haben eigentlich schon was anderes vor Oh, macht nichts Es war ein bisschen naiv, um mir zu glauben Dass einer von euch beiden meine Gegenwart Der Seines Verlobten vorzieht Und? Welches Brot möchtest du? Das? Ja Danke sehr Ladies first Danke Danke Willst du Ruder? Nein Ja, dann musst du dich nochmal umsetzen So Kann's jetzt losgehen Alles klar Natürlich freue ich mich auf dich Wo bist du denn gerade? Im Stau? Das heißt, du kommst zu spät? Sicher bin ich ungeduldig Er löst dich gerade auf? Das finde ich gut Sonst hätte ich mich nämlich gleich beim Verkehrsminister beschwert In einer halben Stunde? Na hoffentlich Ich freue mich Okay Bis dann Tschüss Hey, was ist denn hier los? Hallihallo, ihr beiden Ja, heute ist es ziemlich ruhig Und warum sollten wir dann extra herkommen? Du hast gesagt, es wird sich lohnen Geduld 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 Es geht gleich los So Aha Sitzt euch Und ihr wartet hier Okay Ich glaube, jetzt gibt es eine Überraschung Aha Tja Wahnsinn Herzlichen Glückwunsch Alles Gute Und viel Glück Danke Dann fach mir gut auf meinem Brüderchen auch Ja, versprochen Tja Jetzt ist das schöne Leben vorbei Oh, ich glaube, das kriegen wir hin Ja Ja, und bleibt uns trotzdem als Ehepaar auch noch treu Und hängt nicht nur auf der Couch von mir Keine Sorge Guck, jetzt kommst du doch noch unter die Haube Ja, wer hätte das gedacht Ach, ich freue mich so für dich Ihr seid ein richtiges Traumpaar Ach, schön, dass du das sagst So Moment Geht das? Ja? Ja, ja Das ist es Jan, was ist? Aufwachen Du, es tut mir leid, aber Ich kann das nicht Ich komme Barbara Hallo, Susanne Ich wollte Sie fragen, ob Sie Lust haben So Haben Sie diese Jacke an? Du warst Ich kann das gar nicht überralt Fürbist ! Bis zum nächsten Mal.